Ja, eine Sendung mit Professor Franz Ruppert von DieBasis. Wir haben empfohlen, dass der beste Sender des Fernsehens überhaupt im deutschsprachigen Raum News und Talks für Bitte nach dem schwarzen Stern suchen, das in seine Playlist 6 am Ende aufgenommen hat, weil es doch ganz interessant ist, um zu zeigen, ja, immerhin sehr viele Halbwahrheiten über unser Krankmach- und Krankhaltersystem, aber die letzten Schritte der Erkenntnis fehlen. Und das ist das, was die Basis Schwierigkeiten hat zu verstehen. Es reicht nicht, dass wieder einzelne Sparten ihr Süppchen kochen, sozusagen, um den ganz großen Wurf zu schaffen und mit 56 Prozent am Ende das Land zu regieren. Das reicht so nicht, sondern es braucht die Fähigkeit, aus den eigenen berufsständischen Projektionen und so weiter auszusteigen. Also ich fasse es mal zusammen. Ja, es ist ja für alle Leute, die wie ich auch Psychologie studiert haben, ist es ja total naheliegend, dass wir sozusagen sagen, ja, irgendwie die Medizin, da läuft was schief, aber bei uns, bei der Psychotherapie und Psychologie läuft alles gut. Und die Wahrheit beginnt erst, wenn man von dieser Projektion, da außen sind die, die das verkehrt machen. Und wir Psychologen und Psychotherapeuten sind die, die es richtig sehen. Wenn man aus der aussteigen kann, erst dann beginnt die Welt der Wahrheit. Wenn man erkennt, ja hoppla, die Psychotherapie ist Teil des Krankmach- und Krankheitserhaltungssystems. Ja, das geht auch dort, geht es darum, die Menschen als Kunden, als Dauerkunden zu erhalten und ihnen nicht zu helfen. Ja, deswegen rechnen wir ja auch damit, bei einer richtigen Gesundheitsreform, wo alle Beteiligten nur noch für die Steigerung von Wohlfühlnoten, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten belohnt werden durch starke positive Anreize. Dass dann auch die gesamte Psychotherapie wechseln wird hin zu unserer VIAT, der vorteilbringende Irrtümer-Abbau-Therapie, weil es sich da um den einzigen nicht-manipulativen Ansatz, sondern den einzigen Entmanipulierungsansatz handelt. Ja, also sozusagen, die noch alle anderen Psychotherapieformen sind auf Unwahrheiten gebaut und sind ein Geschäft auf Kosten der Bevölkerung. Ja, bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen auf die Wunschgeschwindigkeit, immer alles in Wunschgeschwindigkeit hören. Ja, also, warum habe ich meine Tätigkeit im Bereich Psychotherapie und Psychoanalyse niedergelegt? Weil ich begriffen habe, dass die üblichen Psychotherapie- und Psychoanalysetechniken alle genauso schädlich sind wie unser medizinisches Gesundheitswesen. Dass kein Unterschied, kein struktureller, grundsätzlicher Unterschied zwischen dem psychologischen Geschäft mit der Krankheit besteht und dem medizinischen Geschäft mit der Krankheit sozusagen besteht. Also, Professor Ruppert bringt dementsprechend auch gewisse Vorverurteilungen und sagt, da würde gelogen werden und was weiß ich so. Also, das ist dann die Unterstellung eines kriminellen Handelns anderer. Dabei ist die wichtigste Erkenntnis, dass das Leben einfach seinen Weg findet. Das funktioniert eben einfach so, dass irgendwann zum Beispiel, als der Kaiserschnitt, den er auch erwähnt, mit mehr Geld bezahlt wurde. Und der Kaiserschnitt wird ja von vielen bezeichnet. Auch Dr. Reuter hat sich so geäußert, jetzt eben Professor Ruppert auch, dass die Folgen für die Neugeborenen, die Folgen des Kaiserschnitts negativ sind. Für die Gesundheit, lebenslange Gesundheit dieser Kinder negativ ist. Ich weiß, natürlich auch für die Mutter negativ ist und so weiter. Ja, aber warum wird er trotzdem gemacht? Weil eben irgendwann wurde die Bezahlung für den Kaiserschnitt erhöht. Und dann ist es wahrscheinlich so gelaufen, dass irgendeiner von Millionen Medizinern irgendeinen Irrtum im Kopf hatte, weswegen er den Kaiserschnitt für die beste Lösung hielt. Das Ganze hat er wahrscheinlich in irgendeiner pseudowissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht. Dann haben irgendwo alle gespürt, alle Bioroboter, die im Gesundheitsbereich tätig sind, irgendwo gespürt, dass das ein Weg zu mehr Ressourcen und damit auch zu höherwertigen Eizellen oder Samenzellen ist. Und haben diesen Artikel, die Ideen dieses Artikels, die vorteilbringenden Irrtümer dieses Artikels übernommen in ihren Kopf. Und innerhalb kürzester Zeit schoss die Zahl der durchgeführten Kaiserschnitte in die Höhe. Ja, weil der Mensch ein Lebewesen ist, das in erster Linie ein Bioroboter ist, der immer und überall bereit ist, Wege zu gehen, die zu mehr Ressourcen, zu mehr Futter, zu höherwertigen Eizellen und zu höherwertigen Samenzellen führen, sozusagen. Und dabei bleibt notwendig die Wahrheit auf der Strecke, denn der Mensch ist einfach fähig, jederzeit irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer, entweder, dass die dann als Ideen in ihm entstehen, oder er die vorteilbringenden Irrtümer von Mitgliedern seiner eigenen Sparte, dass er die aufgreift und sozusagen und dann eben das Geschäft macht auf Kosten der Bevölkerung. Ja, dazu ist einfach der Mensch fähig und die Verantwortung und die Schuld dafür tragen wir alle. Denn genau wir lassen seit 400.000 Jahren dieses falsche Belohnungssystem zu. Wir lassen es zu, dass Arbeitsteilung, Markt und Tauschhandel existieren, ohne die dafür notwendigen, dazugehörigen positiven Anreize, ohne die das immer schädlich ausgehen muss, Schluckwasser. Und Professor Ruppert ist stellvertretend für diese Halbwahrheitensache, für diese Halbwahrheitensache, mit der die Basis oder mit der keine Partei den großen Durchbruch wird schaffen können und den großen Wahlerfolg erzielen wird können. Denn einfach nur den üblichen Krieg zu machen, wir Psychotherapeuten sind die besseren Heiler als ihr, die Mediziner, das ist ja ein geschäftsfördernder Irrtum, also ein vorteilbringender Irrtum, weil quasi ist ja in Wirklichkeit eine Form der Propaganda, wir sind die besseren Behandler und ihr seid die schlechteren Handler. Das ist so ähnlich, wie wenn der Heilpraktiker sagt, wir sind die guten Behandler und ihr Schulmediziner seid die schlechten Behandler und so weiter. Das bringt einen Staat nicht weiter. Das ist nichts anderes, als dass da hier Teilsparten gegenseitig quasi den Futterneid praktizieren. Und so etwas kann doch für die Steuerung eines Staates keine wirkliche Zukunft sein. Sondern die wirkliche Zukunft beginnt erst dort, wo die NextScientistsForFuture.de beginnen, nämlich bei der ganz klaren Aussage. Auch die Psychotherapie, auch die Heilpraktiker müssen unbedingt einer Leistungsmessung unterzogen werden und müssen positive Anreize, Belohnungen aller Art und so weiter ausschließlich für die bewiesene Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit erhalten. Und nur das ist eine gute Reform. Aber so etwas wie zum Beispiel Narrenfreiheit für Scharlatane aller Art und für Quacksalber aller Art und für die freien Zugang zu den Krankenkassen, ohne dabei mit der Leistungsmessung gleichzeitig einzusteigen, das bedeutet, dass man letztendlich eine fahrlässige Schädigung der Volksgesundheit in Kauf nimmt. Ja, also die Menschen sind halt so. Menschen sind Bio-Roboter, die quasi immer bereit sind, einen Weg zu finden, bei dem sie sich selber nicht als Verbrecher erleben, sondern als Gutmenschen erleben, bei dem vor allem auch andere sie nicht als Verbrecher erleben, sondern als Gutmenschen. Und dieser Weg heißt Vorteilbringende Irrtümer, die dann in den Köpfen der anderen als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes wirken und die anderen durchmanipulieren und zu Opfern werden lassen, dieser Manipulateure. Ja, und da ist niemand sich seiner Schuld bewusst, sondern die einzige Schuld daran tragen wir alle, die wir es zulassen, dass die verschiedenen Sparten sich durch Vorteilbringende Irrtümer auf unsere Kosten bereichern können und unsere Gesundheit massiv schädigen können. Ja, dass die Anreizkonstellation, die Fehlanreizkonstellation, die wir haben, einfach einen Evolutionsprozess erzwungen hat, in dem Heilpraktiker, Psychologen, Ärzte und so weiter gezwungen wurden durch unsere Fehlanreizstellungen, uns gesundheitlich ruinieren zu müssen, weil sie nur davon leben können, weil es für Gesundheitsförderung und Krankheitsförderung keinen Cent zu verdienen gibt und sie dann alle pleite gehen würden. Ja, das heißt also, echtes Reformieren Deutschlands beginnt ausschließlich mit dem Ansatz der Next Scientists for Future, die Gesellschaft, alle Berufstätigen der Gesellschaft als Teil des Gesundheitswesens zu verstehen und zwar nicht eines Krankmachwesens, sondern eines Gesundheitsförderungswesens zu verstehen und alle Verdienstzuschüsse, Steuerbegünstigungen, Verdienstzuschüsse, Subventionen und so weiter, alle ausschließlich abhängig zu machen von der Frage, wie viele Verdienstzuschüsse muss jemand bekommen, damit er nur noch faktisch Gutes tut und nicht nur in der Illusion lebt, Gutes zu tun. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Ja, ich glaube, das war es für diese wissenschaftliche Tagesschau heute, für diesen offenen Brief an die Basis und wir2020.de und so weiter und all die Parteien. Tschüssi, bis bald.